herausforderung mr satan haben wir nicht noch mehr eben achso das waren ja die anderen noch besiege ihn schulten schien handkrillen um weg geht er ok machen wir das schon wieder voll über der zeit na gut cut ich jetzt einfach so dazwischen egal zack äh na mal ihn na mal piccolo nimm mir die beiden herausforderung mr satan achso mr satan muss am leben leihen wieso nicht ja das ist auch gemein kaioken attacke bäm ja boah ey das ist gemein so er ist weg jetzt kommt der nächste tenshinhan und kralin wieder boah ey aha scheiße nicht getroffen warum leckt denn das grad so ein bisschen lass satan in Ruhe so er ist weg so er ist weg Da war ja noch einer, das stimmt ja. Bam. Bam. Und der andere, das ist der Psycho-Muff. Wird ganz schnell umgekickt, aber passiert nicht wirklich was. Krillin bleibt hier. Scheiße, wenn man keine Ausdauer hat. Hier geblieben. Wieder immer abhaut, meine Güte ey. So, der ist weg. Jetzt kommen Vegeta. Das ist doch lächerlich. Geh beiseite. Oh, hoff zu lecken. Ich hab echt gerade keine Ahnung, woanders liegt. Sonst hab ich nie die Probleme. Bye. Oh, hat das nicht viel ausgemacht? Wochenende. Wochenende. Attacker. Natürlich ausgeweichen, Arschloch. Autsch, was war das denn? Verdammt durch Scheiße. Ein paar diese Lex-Nerven, ne? Gut. Gut. So. Was verrecke ich hier noch. Bam. Höh. Kann mir mal jemand sagen, warum ich eben so ausgewichen bin? Wobei das sich nicht gelohnt hat. Attacke! So, geh doch. Aber wer kommt denn jetzt noch? Ach, nee. Ach, super Zeitgen, wie geht da? Ja, wieso nicht? Ja, komm, lass mich in Ruhe. Attacke! Ja. Kann ich, bin ich schnell genug. Wie nervig das ist, wenn du keine Ausdauer mehr hast, ne? So. Dich mach ich trotzdem alle. Ich hasse das, wenn die immer wegschießen und ich nicht treffen kann mehr. Wie da direkt auf Mr. Satan losgeht. Der hat ja doch nichts getan. Na ja, was soll ich denn sagen? Fuck, falsche Richtung. Schon wieder falsche Richtung. Ich hasse sowas, ne? Ultimativer Finisher. Wow, geschafft. Gerade noch so erwischt. Puh. S. S. Seemischgerät. Urknallattacke. Wundersame Verbeugung. Okay. Ah ja. Wundersame Verbeugung. Schauen wir mal. Ähm. Guck mal, ist schon wieder genug Kohle gerade. Ähm. Ja. Ausrüstung. Ne, das war Fähigkeiten. Äh. Ne, das war... Wo ist denn das jetzt? Geht in die Höcke, um einen Eingriff auszuweichen. Okay. Und was war das andere jetzt? Ach, Urknallattacke da. Mit der Höhe. Den habe ich auch noch drin. Okay, Urknallattacke. War das auch die? Okay. Ich glaube, ja. Ähm. Ne, da hatten wir nichts. Gehen wir mal in den Shop gucken. Was wir denn da noch so haben? Das hat ja nichts. Ah ja. Kann man so einen komischen Namen nehmen. Vor allem, ich bin hier in einer normalen Lobby, ne? Einzelsspieler, aber hier stehen die Leute rum. Äh. Komisch. Komisch, komisch. Komisch. La, 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 la. Schauen wir mal. Kaufen. Wie sieht denn da oben das Oberteil überhaupt aus? Bisschen mehr Gesundheit oder so? Können wir ja gebrauchen. Key Explosion, super Angriff. Der verringert aber auch schon ganz schön. Okay. 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 Was hast du denn für Fähigkeiten? Ach, Kamehameha. Final, sofort der Aufstieg. Das ist aber nicht wirklich viel. Komm, ich kaufe mir das Kamehameha. Ein Muss, was man haben muss. Ähm. Fähigkeiten. Mach ich das auch weg. Und mach da das Kamehameha ein. So. So. Achso, hier ist ja auch noch so eins. Wo ich letztens einfach so scheiß eingelaufen bin. Lala, la, 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 la. Lala. La, 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 la. Und zehn aber noch Dragon Balls. Wir haben gerade mal drei. Was ganz schön wenig ist. Was willst du eigentlich, du kleine Hüttel? Ähm. Ähm. Ja, komm. Besiege Partei Jeson Rikum. Ach komm, das schaffen wir. Wenn nicht, bin ich zu schlecht. Dann bin ich echt zu schlecht, wenn ich das nicht schlafe. Nein, ich schlafe. Ich schlafe. Ja, Aufnahmeprüfung. Hallo. Aha. 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 Ah ja, schmeißt du mich mal durch die Gegend. Jetzt verwandle ich mich gleich zurück. Jetzt. Ja. Das ist das Blöde, dass du da nicht so viel Ausdauer hast dann. Natürlich voll vorbei. So, er ist weg. Und jetzt kommt der Nächste. Yes. Komm. Natürlich treffe ich wieder nicht. Ah, jetzt kommt noch einer. Krikum. Boah ey, was ist das denn für eine Attacke? Kann mich nicht bewegen. Tja. Das Kamehameha ist schon eine gute Attacke, finde ich. Besonders, wenn du dich dabei porten kannst. Ja, du Arsch, weich mir mal aus. Wieso solltest du das mal nicht immer so lange aufladen? Wieso solltest du das mal nicht immer so lange aufladen? was ist das? Ja. Ich bin nicht mehr so lange aufladen. Das habe ich falsch gedrückt. Scheiße. Das ist das. Wie ist das? Was ist das? Das ist das? Das ist das. Unerledigt. Oh. Ginyu war ja klar irgendwie. Ginyu war ja klar irgendwie. Ja, ist klar, Ginyu. Was? Wie geht der? Kommt auch noch? Was war denn das jetzt? Bye. Hör auf. Es ist blöd, wenn du nichts machen kannst. Boah. Attacke. Warum? Blockst du den Arsch? Kaioken. Und Kaioken ist wieder vorbei. Attacke. Und nochmal. Ja. Ja, ist klar. Autsch. Bye. Ja. Pah. Er haut mich auch noch voll weg damit. Jetzt ist er weg. Hätte ich schneller gehen können. Aber naja. Aber ist auch gut. Der Laufsteg. Mischkapsel S. Macht Sprint. Krikum Kick. Lähmung. Ah ja. Neue Fähigkeiten. Nach und nach kriegt man so alle zusammen. La la la. Ja, du bist jetzt drin. Bla 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 bla. Weiter Vogel. So ein Gohan Teenager. Was ist mit dem Typen da hinten? Nee. Oh, cool. Ein Geschenk. Du hast voll... Energiekapsel eben. Ja. Hallo. Ähm. Komm, ich probiere es einfach. Aber ich glaube, das ist doch viel zu schwer. Musik 5 Krieger. Okay. Seelen-Echo-Gerät. Piccolo-Dämonen-Kleidung. So ein Goku. Kein Charakter. Brandattacke. Teleportation. Super Drachenflug. Teleportation. Oh, wenn ich das schaffe. Werden wir ja gleich sehen. La 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 la. Trainieren wir. Besiege 5 Krieger. Mission. Einfach mal einmal durch. Gottes Versteck. Ah, okay. Der erste Gegner ist Piccolo. Natürlich ordentlich an Energie. Wohin? Warum fällst du runter? Bist du schlecht? Das wird keiner noch nicht. Also zieht nicht wirklich viel ab. Leider. Dann machen wir das. Wochenende. Ui, das ging aber. Aber wie schwach. Ich dachte, der ist schwerer. Aber wenn ich gegen Tsongura noch kämpfen muss. Wenn er super Zeit schon wird. Au, au. Das wird nicht gerade einfach werden. Oh, hoi, hoi, hoi. Ja, komm, block doch mal, ne? Du Sack. Kamihami. Kamihami. Okay, es geht aber. Wochenende. Scheiße. Natürlich doch. Er weicht aus. Tschüss. Ausrüstung. Erstmal nach oben. Ähm.